Guten Morgen ihr Lieben! Es ist jetzt halb sechs in Deutschland. Ich bin noch richtig müde. Ich habe mich gerade so gut wie möglich schon mal fertig gemacht. Es ist ja schon alles im Koffer drin. Koffer liegt auch hier bereit. Ich habe auch das Buch eingesteckt für den Flug. Ich habe ja bei Instagram gefragt, welches der beiden Bücher ich mitnehmen soll. Und es ist auch das geworden, dass ich mehr Lust hatte. Oh Gott, wie sehe ich denn aus? Wie ein Zottel. Ich habe mir nämlich Lusenet mitgenommen. Das werde ich auf dem Flug lesen, wenn ich darf. Mein Männer hat nämlich immer so die Angewohnheit, sich schnell zu langweilen. Wenn ich dann nebendran im Buch versunken bin, kommt dann immer so der Blick. Was machst du? Ist dir auch so langweilig? Anstatt dass es sich einfach mal selbst ein Buch mitnimmt. Aber egal. Das ist eine andere Geschichte. Ich fahre den jetzt erstmal abholen. Und dann fahren wir Richtung Saarbrücken zum Flughafen um Viertel nach sechs. Ist glaube ich Boarding. Matti hat uns gestern schon eingecheckt. Das heißt, wir müssen uns gar nicht mehr anstellen. Es hieß nämlich zuerst, wir sollen zwei Stunden vorher da sein. Und das wäre ein bisschen früh gewesen. Also haben wir schnell noch den Online-Check-In gemacht. Und so müssen wir eigentlich erst um Viertel nach sechs zum Boarding da sein. Wir wollen aber schon gucken, dass wir kurz vor sechs da sind, damit wir einfach noch durch die Sicherheitskontrolle können. Und ich bin mal gespannt. Und bis jetzt war es bei jedem Flug so, dass ich zum Sprengstoff-Check musste. Also ich habe jetzt glaube ich zehn Flügel konstant jedes Mal hingemusst. Vielleicht habe ich einfach ein Sprengstoff-Gesicht. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu quatschen und fahre mal los. Ich schicke euch jetzt noch ein paar Impressionen vom Flug und so weiter. Und dann melde ich mich einfach in Berlin nochmal. Und dann melde ich mich einfach in Berlin nochmal. Hallo ihr Lieben. Wir sind jetzt mittlerweile in Berlin angekommen. Wir haben ungefähr jetzt halb zehn oder so. Wir können aber erst um, ich glaube, 15 Uhr im Hotel einchecken. Aber wir haben jetzt gerade schon mal unsere Sachen hingebracht, damit wir nicht unseren Koffer quer durch Berlin schleppen müssen. Wir machen uns jetzt mal auf zum Brandenburger Tor vermutlich. Ich weiß es noch nicht genau, was jetzt als erstes auf unserem Programmpunkt stehen wird. Ich denke, wir fahren einfach mal in Richtung Innenstadt und dann schauen wir auch, was wir Lust haben. Vielleicht mal noch vorher irgendwo was essen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Das ist immer das Beste. Einfach mal drauf loslaufen und schauen, was einem zuerst ins Auge springt. Matti war ja noch nie in Berlin. Das heißt, für ihn wird das alles Premiere heute oder beziehungsweise die nächsten zwei Tage. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Wir haben ja uns schon vor ein paar Tagen so ein Ticket gebucht für mehrere Attraktionen. Da war dabei Madame Tussoro. Dann Sea Life, Little Big Cities und Berliner Dungeon. Im Dungeon war ich ja in Hamburg schon mal. Das ist eigentlich immer ganz witzig. Eventuell machen wir davon eins heute schon, damit wir morgen nicht so volles Programm haben. Aber Frühstück steht jetzt auch erst mal auf Platz 1 unserer To-Do-Liste. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich wollte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schreien. Bis zum nächsten Mal. mit seinem. Leuchtanzug, Seedome. Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Und es ist. ich auch. Ich will. nämlich gleich abholen und dann kuschel ich mich mit ihr auf die Couch und mache heute glaube ich gar nichts mehr. Ich würde sagen, das war es jetzt von hier. Ich hoffe, ihr hattet wirklich ein bisschen Spaß beim Video und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye!